Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0.15 live. Ja, zwei Tage, bis zum nächsten Premier View bis TLC. Und ich bin gespannt, was hier heute so geschieht. So, das erste Match für heute. Haku Yamashita gegen Daniel Bryan. Und es gewinnt Haku Yamashita. Ornay Logan gegen Finn Vader Demon. Es gewinnt Finn Baila Demon. Figi Wolf gegen John Reyes. Es gewinnt John Reyes. Eli Samuels gegen Tren Metallic. Ja, es gewinnt hier der gute Eli Samuels. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns dieses Match an. Oder gucken wir, ob wir das noch haben. Ja, doch gucken wir uns dieses Match hier an. Nightmare gegen den Derek C-Jumper. Schwung schnell, let's raus und ab geht's. Singles action is underway. And in this one I wouldn't attempt to predict what's going to happen. I'd just be ready for anything. Sometimes that's all you can do. Ouch. Man, this card is just packed with so many great matches. And this one is definitely among the most anticipated, I'd say. One, two, three. Three, two. Drop down. Big hip toss into the cart whip. And a knee strike. What a combination. What a stomp. Good grief. And a pin attempt. And he doesn't stay down for long. Yeah, this is way too early to be going for the win. What a hurricanrata. Boom! He's starting to show signs of fatigue. At this point, it's all about how he responds and potentially rebounds. Yeah, he's taking on some offense here, but that's to be expected. Especially considering who he's in the ring with. The good news for him is that he doesn't appear to have taken too much offense up to this point. But that can obviously all change here. Boom! Nasty impact. Boom! 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 He's making a statement here with this attack. All the way up and around the world. Can he end it here? I think that caught everybody in this arena off guard. His shoulders are down. No, he kicks out. Nicely done. Nice kick out. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. He might have it. Drop kill! Oh, great height. But he's got to capitalize now. We know what's coming here. I don't like the look in his eye here, folks. Incoming. He's got to win a singles match. He's got to win a singles match. He's got to win a singles match. He's got to win a match for the three count. You should be proud. Folks, we just saw one of the most exciting matches you'll see anywhere. We're on to the next singles match coming up next. He's got to win a singles match. I'm going to win a singles match. erholt in das Match von Hapri Maschita ein. Diese Superstar ist fest entschlossen, seine Identitäten zu frustrieren und ihn war seine Matches zu stören. Salubo tauchte direkt nach dem Match von Nibban auf und verspottete die Leistung seiner Primalen. Das könnte im Beginn eines langfristigen Plans sein, seinen Dramat zu verunsichern, damit dieser Fehler macht, wenn es am meisten darauf antorgen. Ja, wir haben noch zwei Wochen verbleiben zwischen Hapri Maschita und Chase Mulf. Eine wachsende zwischen Duma B und Crane Metallic und eine wachsende zwischen Olin Hocken und Finn Balor Demon. Ja, hau, wir haben noch zwei, Salubo drei. Ip Manu auf die sechs und auf Hogan gekleidet auf die zehn. Und dann haben wir immer noch El Rolino. Ich glaube, ich muss Colli immer wieder Matches geben. Vielleicht hat er, mal schauen, vielleicht hat er morgen ein Match, dass er wieder ein bisschen hochkommt. Manche Juli wird abgestützt auf die vierzehn. Oh, sehr, sehr interessant. Ja, mit der Drinking keine Veränderungen hier. Blö. First match of the night. Here we go. Fatal four-way. Get ready for some intense action in this fatal four-way. King Jack Cable gegen Raul Mendoza. Es gewin Jack Cable. Bobby Fisch gegen Humberto Carillo. Es gewin Bobby Fisch. John Daniels gegen Mike and Nevis. Es gewin Jordan Daniels. Adam Cole gegen Nuwanda. Es gewin der gute Adam Cole. Old Man Travis gegen Gentleman Jack Cable. Es gewin Old Man Travis Flam Mysterio gegen Johnny Ageno. Es gewin Flam Mysterio. Und das Match in Man Event werden wir uns ansehen. Und zwar The Future Goat gegen den Queen Hero. Ich kenne die die Das war's für heute. 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 I know it's early, but he has to do everything in his power not to let this get out of hand. This might be it! Oh, my! He's starting to feel it here. To be expected, though, it's not like he's in there with a slouch, guys. Ouch. You're going to absorb some punishment in a wrestling match. It just goes along with the territory, and he knows that. I doubt he's all that concerned at this point. This match is so evenly contested right now that it's almost impossible to pick a winner. I guess we'll just have to settle in and enjoy the action. Oh, boy! He has him right where he wants him. He's teetering on the edge here. Look at this! He's a very difficult position to be in right now. Yeah, situations like this usually don't end very pleasantly. Oh, right to the face! Oh, boy! He is warm! Talk about rocking the jaw. He wants no part of the outside. He's looking at it. Beautiful technique. He's looking good now, guys. He's on the defensive now. You have to wonder if he could recover from this, guys. I'd never count this guy out, but I'll tell you what. He's not looking so hot right now. He's really going to need to find a way to get back in this thing. Man, I knew this was going to be a closely fought battle, but I didn't realize it was going to be this close. This is unreal. Oh, impactful slam! He's stumbling some now. He doesn't want to absorb much more punishment if he wants to win this match. Don't write him off just yet, guys. From what I see, these guys are pretty evil. Oh, a knee right to the face! That knee is a lethal weapon. I knew it! There's the cover. Can he do it? Just before three. That was real close. He is not going to go down without a fight, Michael. I just can't get over the physicality of this match. This has been brutal. You've got to believe this one's over! Power bomb! Talk about having a living hell beat out of you! This is not where he wants to be at this point in this match. Ooh! Can he finish the job? You can't argue with the results. He's making a statement here with this attack. Down he goes. That'll do it every time. This might be it! Oh my! Here he goes! Head over heels! Yeah, incredible play to think. Isle going for the cover. One! Two! Three! That's us! He's calling for the bell. The match is over. He's calling for the bell. The match is over. Here is your winner, Green Hero! A well-earned victory indeed. Great effort from both. So! And another rivalitek dootete neu auf. Achtend, that's the... That's the... That's the... The rivalitek immer noch keiner. Außer dem möglichen Zwischenendem Call und... ...Irgendwelche... ...Twenty für die Karten. Checkt den überhaupt heraus. Check what's to do. Nintendo Valley. Ganz unten haben wir noch immer... ...Crawl Mendoza. Und hier ist Buddy Murphy. Dann Füße kurz für den Hero. Old Jumma. Und ganz unten... ...Malfa Banks. Wir sind an die Haube in unserer Name Show bei Clash of Champions. Und wir legen direkt los. Time for the first match of the night. A night of champions contest between two impressive superstars. Don't move. Don't speak. Don't even blink. Sunderbolt in the free world. Es gewinnt der Sunderbolt. El Rolin Jorhen, die Galaxy Jumper. Es gewinnt der Galaxy Jumper. Und wieder ein Achtmann. Battle Royale over the Fabro. Zwischen Ace Ultimate. The Black Druid. Jason Hook. Jackpot Junior. Bob Hogan. Queen Hero. Blue Warrior. Und der Future Gold. Und es gewinnt der Queen Hero. Ein nächstes Match. Eli Samuels gegen Yipman. Es gewinnt der Samuels. Crazy Ross gegen den Old Man Travis im Main Event. Und es gewinnt der Old Man Travis. Jaa. Wir sind ein paar Rechen entkommen. Eli Samuels auf der 1. Ipman auf der 2. Jorhen X7 auf der 3. Der Crazy Ross auf der 4. Hatten wir Omaschita auf 5. Fichel Wolf auf 6. Und der Nightmare. Und aus 7. Und von Boben auf 8. Und wir schauen nach, wer auf der letzten Platz ist. Es ist Linserado. Der Travement Metallic. Und 2 Gulasch. Bei Easy Dummy News. The Old Man Travis auf der 1. Der Quill hier auf der 2. Jorhen X3. Jorhen X3. Jorhen X4. Wadima auf 4. Wadima auf 5. Wadima auf 5. Jackpot Junior 7. Lm Roll 8. Wadima auf 9. Und Wadima auf der 10. Und wir reden da. Und schauen nach, wer hier auf dem letzten Platz ist. Es ist für immer auf der 32. Unser Herr. Aria Dalvari. Ja Leute. Das war's dann noch schon wieder für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja. Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst doch Daumen hoch da. Die Kommentare wie immer. Bitte Discord. Und hauptsächlich YouTube. Ja. Wenn es sich teilt hat. Auch bitte ein Abo zu diesem Kanal. Wir tun so möglichstes. Um euch sehr guten Content zu liefern. Ja. Wir sehen uns am Wochenende. Wir bilden uns eine neue Folge 015 live. Bis dann. Tschüss. Euer Hergi.